Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem mit Tasty Hi Kanal. Heute mal nur mit mir und dem kleinen Mann und der Freundin vom kleinen Mann und der Mama von der Freundin vom kleinen Mann. Wir wandern heute alleine, weil die Männer eine Männertour machen. Die gehen ein bisschen höher raus und wir wandern heute auf dem Kastanienerlebnisweg. Deswegen steht hier schon eine riesige Kastanie. Wir sind in der Nähe von Völlern und wir sind ganz gespannt, was uns hier heute erwartet. Bis zum nächsten Mal. Das spezielle an den Kastanien in Südtirol ist ja immer das Törgelen, was man immer in dieser Zeit machen kann. Wir sind leider eine Woche zu früh ungefähr, es gibt es noch nicht wirklich viel. Vielleicht haben wir Glück und wir finden irgendwo noch eine Möglichkeit zum Törgelen, weil das wäre echt cool, weil die Kastanien sind super, super lecker. Und wer von euch jetzt nicht weiß, was Törgelen ist, dem verlinke ich mal hier oben einen Artikel, den wir extra darüber geschrieben haben und darin ganz genau erklärt haben, was Törgelen bedeutet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der Herbstzeit lebt man hier ein bisschen gefährlicher auf dem Weg. Hier fliegen nämlich alle naselang die Kastanien von den Bäumen, also Gefahr des Erschlagenwerdens. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie man unschwer erkennen kann, sind wir wieder zurück am Eingang bei der großen Kastanie, wo der Weg anfängt. Es war ein sehr, sehr schöner Weg, wir können ihn sehr empfehlen. Vor allem mit kleinen Kindern ist es total toll, weil es ganz viel zu entdecken und zu erleben und anzufassen gibt. Und der Weg ist auch wirklich super, super schön. Den Wanderbericht dazu, den schreibe ich euch natürlich auch wieder. Den verlinke ich euch dann hier oben, wenn er dann online ist. Und natürlich gibt es den Link auch in der Infobox, genauso wie das Tracking. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, gebt uns einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!